sie hat sie mein kopf kraft der city mit senator p und max it sucks ich habe den namen fast vergessen er habe ich ein bisschen gefällt mit der aufnahme weil du es nicht bei armer umlegen und ich habe das dach zu ende gebaut ich bin runtergefallen versuche ich irgendwie so ein muster hier rein zu klatschen deswegen noch zweimal gestorben im raum bisschen weiter ausgebaut das ist ein bisschen stück wir sind zu überkommen hat die törte noch mal woanders losgeschickt hat eine andere törte gefunden nach der stadt irgendwo keine ahnung wie dem gehört hat jetzt auf jeden Fall genommen das jetzt nicht arbeiten also wird sich das das hat noch die welchen Schilder Reaktion alles einsetzen aber das muss ich noch zeigen ich habe es auch fertig soweit zumindest so wird sie noch nicht getan oben kann ich ja da war ich werde zeigen da ist ich baue mich hier gerade die bäume ab und tut mir wie den holz hochwertig modus wie ich denn jetzt vorangegangen jetzt ist gerade 33 holz also es hält sich noch in Grenzen aber das ist auch ordentlich was dazu kommt weil hier unten drunter das ist alles komplett aus holz und es ist eine aufnahme sie man gerade ich habe mir einen gerade einen generator braucht über 100 holz sein und ja so ich werde mir gleich meine Zuckerrohre 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 ja Zuckerrohre anpflanzen weil ich ähm ein bisschen was man will das verbrauche ich ein Bücherregal habe ich nicht hatte ich nicht auch Zuckerrohre hier gehabt ich hätte das ich hätte das auf jeden Fall nicht von dir genommen Leute man kann auch in den Generator Kohle reinpacken ja Holzkohle unten ist die Kohle drinnen und oben was kommt oben rein war nichts war nichts da kannst du eine Batterie reintun aber brauchst du nicht wenn du direkt mit Kabeln verbindest brauchst du das ja nicht so jetzt brauche ich mir ein Furnace was brauche ich mir was brauche ich mir das ist sogar Zuckerrohre das wäre das ist sicher hier wäre Zuckerrohre gewesen aber wenn nicht hat hier eher noch ein bisschen Weed Ne Maserator brauche ich mir ist hier noch was drin in der Kiste ich muss die neu starten zwischendurch mal die Furry also die Teutel viel mehr die gehen manchmal immer aus wie schreibt man Maserator M-A-C-E R-A-T-U-R ja Sachen aus Nikolit Voltmeter und ne BG Batterie was noch aus der Batterie wo brauchst du nur die Batterie auch ne Screwdriver cool und ne Batterybox und ne Charging Bench also lohnt sich auf jeden Fall schon mal Leute was brauchst du nur gerade gar nichts so wo ist mein Zuckerrohr du brauchst weg und ne ich werde auf Diamantensuche gehen aber ich habe sechs Diamanten gefunden weil ich wollte eigentlich jetzt die zwei Schafe allen ernstes ja geh runter scharf ich geh bloß raus oh nein da hast du Junge ich hab sogar gedrückt man hä ich drück sogar noch ganz ehrlich Junge ich hab sogar noch den Waterpocket gedrückt so bin ich überhaupt wieder und das war jetzt ein Backen ganz ehrlich jetzt fliege ich da runter in creative mode üblich jetzt nicht jetzt ja immer nur die Bugs weißt du das war schon das zweite Mal dass ich ein Back darunter gefallen bin und dem anderen noch auch schon weiß ich du drückst shift und willst trotzdem runter aber so ne Scheiße hier ja auch scheiße jedes Mal durch so'n Drecksbuck wieder meine Level weg was ist man schon mal weg das nächste Mal weg wo wo ich jetzt mal meiner Farm bisschen was austauschen freut mich auf jeden Fall dass meine Level jetzt weg sind also von daher also muss ich noch die verlegen ach du Kacke die sind ja ganz schön gewachsen ey heilige heilige Mutter Marias ja genau die Mutter von Maria nicht die Mutter Gottes Mutter Mutt ne ich wollte gerade sagen das hast du mal so anders ja so heißt es heilige Mutter Maria ich dachte heilige Mutter Gottes kenne nur heilige Mutter Maria keine Ahnung schreibt das in die Kommentare wie heißt es richtig ich weiß nicht warum ich weiß warum nicht warum weil du keine Kiste davor hast oder wirklich hab ich eine Kiste da oben hingestellt wo ich sie das erste Mal angeschmissen habe allererste Mal oder wo sie sie reaktiviert hast allererste Mal ja da geht's doch nicht du musst mal die die da drin stellen wo sie sie reaktiviert hast gut dann mach ich das jetzt mal so gewohnt dass man einfach halten kann und dann baut man sich legt sich das automatisch in den Crafting Tape rein dass ich das machen möchte ich cheate dir jetzt gar nicht ehrlich sehe ich gar nicht ein dass ich jetzt hier vernünftig spiele so dann könnte ich nur da eben hoch geflogen weil das sehe ich nicht ein was die erstens ist werden in der Kitz man weiße ich wollte so machst steht man schon nicht mehr aber nee es geht nicht dann falle ich generell rund das mal so gar nicht gebe das ein Back war auch schön ich bin einfach rauskommen und kräftig wurde hoch zu fliegen ich bin einfach wo ist mein Eimer weckt sich was in der fuel ja jetzt hier wie dumm ist das immer rum oa ob die ist irgendwie ein bisschen doof dass sie das nicht hinkriegt vernünftig das ist wie sagt er mit dem Weg zu so fest aber die geht nicht zurück zum so fest das ist das ist ja da wo man sie losgeschickt was jetzt möchte ich so viel abbauen wohl ich mache ich lasse das so kann ich ja schön durch die Boden gucken auch gut das das hat was eindeutig genug ich habe genug ja es so klar Jungen das Fall schon das zweite Mal als ich gestorben bin durch den Back weiß ich verstehe nicht warum es nicht richtig funktionieren kann obwohl ich das Problem den trip hier brauche ich jetzt auch nicht aufheben den trip hier brauche ich jetzt auch nicht aufheben Vielen Dank. ich hab noch was im Ofen glaub ich den gehört ein bisschen Gold nichts Hallo Geh doch aus dem Inventar Blutmann Scheiß Arschbruch Ich weiß nicht warum ich darüber lache Ich auch nicht Was lachst du das drüber? Das ist die ganze Zeit Ja was? Wurde man so den Maserator? Du so Ich überleide ihn nicht in der Tat Arschloch Blödmann Das hab ich gar nicht gesagt Du hast aber Arschloch blödmann gesagt Du so oh Arschloch blödmann Blödmann und so Ich hab gesagt ich hab's genug du Arschloch Du Arschloch ey 7 2,3,4,5,6,7 Einfach sieben Einfach sieben Einfach sieben Sieben Der Mann nicht loslöst sich Mein fällt ist sieben Dreck 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 Durch meine Decke Back die ganze Zeit Dreck 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 ich weißi Dreck Mich kann ich nicht was immerummern stark g� Dreck ist gut dass ich immer dadurch gestorben bin er ist halt im Opfer du blöd mann ola blöd mann warum bleibst du mich mal so hardcore 2 3 ja es passt oh kräusel du ola blödi harte Beleidigung ooooh oho 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 ja ich bin blöd mann auch so blöd mann bist ja hat auch keiner gesagt ich bin auch nicht immer so schlecht von dir ich muss es positiv sehen Leute ich mach das jetzt hier so gut so weit unten so weit unten und mach weiter unten nein nicht da so einfach ganz inventar mit Spitzhacken bevor sie läuft ja bei mir war es jetzt das für diese Folge ich mach das eh noch schnell interessant das ähm jo bei mir war es das hau darin tschüss tschüss an äh Maxis Zufall bei uns geht's natürlich knallhart action weiter die vollladung action ich hab jetzt nicht mehr mit aufgenommen ich hab jetzt nicht mehr mit aufgenommen oh ich hab schön viel Holz jetzt läuft bei mir also Leute ihr seht so funktioniert das auf jeden Fall wenn das hier so zusammenstellt und dann ich hab jetzt glaub ich 36 Holz durchgekriegt das war aber eigentlich einfach kein großer Aufwand sag ich weiß auch schon was ich jetzt als nächstes machen werde jetzt nimmst du hier nach noch ne Folge auf? aber vielleicht guck Ben ich denke mal ich schon weil ich weiß auf jeden Fall was ich noch machen möchte dann nimm ich mal hier das Holz rein das wird übrigens für das Zuckerrohr die Plantage hier ich werd das alles später nochmal ausschmücken aber ich hab grad jetzt einfach nur dass das alles so wächst pack ich da überhaupt das normale hin ich will ja Humus hinpacken wächst das auch richtig so ne hier muss da Wasser hin mich blöd man blöd man da hält der mich immer so ha toll ja aber das funktioniert so sonst ist ein bisschen doof war nur ein bisschen was weißt du weißt du so mein Spielzeug ist gleich kaputt sehr gut sehr gut ne das jetzt nicht aber so viel wie ich das hier gerade baue wo ich sowieso erstmal nicht egal nein das ist kaputt aber das ist jetzt so richtig wahrscheinlich noch mit der Hand abbauen oder nehme ich die einfach mit der Portrilla und schmeißt die irgendwo hin das ist ja auch unbedingt mal wieder mehr Redstone das ist mir grad mal so aufgefallen ist dir wahr meine Freunde an äh oh ich krieg das halt immer auch nein das ist da oben auf meinem Dach drauf der Stein na egal erstmal ist das falsch ist auch weg komm jetzt mit oh der ist weit der ist erstmal weg okay ich brauch mal einen Pisten mhm falls ihr euch fragt warum ich grad die Steine wegschmeiße weil du stinkst ja das auch aber nur weil ich keinen Spitzler gemerkt habe und jetzt habe ich keine Lust mehr eine neue zu machen also nehme ich einfach die Steine mit der Portrilla und schmeiße die aus meinem Gebiet raus oh auf meins, wa? äh so weit komm ich ja nicht auf Senators das ist schon eher wahrscheinlich oh da ist er, da ist er ruhig da ist er mal ja ich hab die in den Wald geschmissen ja ich werde die später abbauen ja vielleicht, ich kann wieder mehr Eisen oder? ok, nachher das glaub nicht mach ich mal so Mace Raider oder mein Mace Raider wurde es doch zu komischem Staub das ja wieso? was trinkt dir der? da kannst du auch nichts draus machen kannst du ja keine Spitzhacken machen, oder? ne natürlich, du musst es in den Ofen packen ach, diesen Staub musst du in den Ofen packen ja da kenn mich mit dem Mace Raider nicht aus ne, ist das jetzt hier los what the fuck jetzt bei unterschiedlicher Arten von sich ach, das ist Koppel-Stone, das ist Stone-Snapper ja, ok das ist aber der Unterschied die sehen genau gleich aus oh, hallo sag oh das ist noch einer so, du brauchst dich auch ab, ne? sehr schön das ist die Ernährungswissenschaften, dachte ich gerichtete ich gehöre von Leute die es früher von den Engen bräuchte ich gar nicht und später kann jetzt erstmal anderen machen die die Lustig wäre so jetzt mit jetzt sind immer wasser vergessen nur einmal wasser zu tun und immer wasser die Folge ist auch schon lange vorbei deswegen würde ich sagen, das war so zu Städte für diese Folge, das ist wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play. Ich kann das nicht anpflanzen. Ja, okay. MC AC, bis dahin wünsche ich was. Ja, ich auch. Ich muss noch einmal ganz kurz was ausprobieren. Es geht so, oh geil. Es geht so, oh geil. Ja, ich muss eben noch, ich möchte eben noch meinen, weiße, mein, ähm, verbrauche ich dich anpflanzen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich muss wahrscheinlich dann, irgendeine Advanced-Maschinen oder sowas. Ich werde wahrscheinlich sowieso später jede, an jeder Wand, an und man hat neunmal solche Maschinen hier haben. Ich muss nochmal schauen, wie ich das genau mache. Ich bin auf jeden Fall in der Stelle die Folge. Bis dahin, tschüss. Ja, von mir auch. Tschüss, schönen Tag wünsche ich euch. Out rein und ciao. Tschüss. Tschüss, was seid ihr noch hier? Nein.